Schwerer Unfall auf der A61, sechs Verletzte, darunter drei Kinder Frankenthal, ein schwerer Unfall auf der A61 in Rheinland-Pfalz löste am gestrigen Freitagabend einen Rettungshubschraubereinsatz aus. Insgesamt sechs Menschen wurden bei dem Crash verletzt, darunter drei Kinder. Der Zusammenstoß von insgesamt drei Autos ereignete sich gegen 18.23 Uhr bei der Stadt Frankenthal, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mensch wurde schwer verletzt, fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Unter den Leichtverletzten waren drei Kinder, welchen durch die Feuerwehr mit Trüste Teddybären versorgt wurden, um sie von dem Geschehen etwas abzulenken, wie ein Sprecher erklärte. Alle Verwundeten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt jetzt die Polizei. Eine Einschätzung zum entstandenen Sachschaden liegt noch nicht vor. Und unter den Leichtverletzten der Leichtverletzten aus.